Herzlich willkommen beim Studenten- und Jungingenieurenkongress in Karlsruhe. Dieses Jahr starten wir mit dem Motto Shape your Future und wir haben für euch sehr interessante Gespräche mit den Teilnehmern aufgenommen. Hallo, mein Name ist Nane Denker, ich komme aus Oldenburg und ich bin hier beim Kongress, weil ich es super finde, die Leute aus ganz Deutschland immer mal wieder zu treffen. Das ist so ein besonderes Event, was einmal im Jahr stattfindet, wo man dann halt auch noch ganz spannende Workshops und Impressionen mitnehmen kann. Hallo, mein Name ist Lars Winkler und ich komme aus Köln. Ich erwarte mir vom Kongress neue Leute zu treffen, mal die Hochschule angucken und ich freue mich auch auf die Exkursion. Ich bin Vincent Lauchs, ich komme aus Wien. Ja, ich bin hier, um alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kontakte zu schließen. Ich bin Frauke aus Münster. Ich bin der Lukas aus Bielefeld. Ja, ich bin zum Netzwerken hier, spannende Leute kennenlernen, andere Studenten aus ganz Deutschland. Ich bin jetzt hier, um zu Netzwerken, um die SUJ-Gruppenarbeit so ein bisschen näher kennenzulernen. Guten Tag, mein Name ist Vincent, ich bin aus München und für mich ist der Kongress der Studenten- und Jungingenieure das jährliche Highlight unserer ehrenamtlichen Arbeit. Für mich geht es vor allem darum, eher ehemalige Aktive zu treffen, als auch neue Leute zu motivieren, sich aktiv im Ehrenamt einzubringen und im Prinzip das Netzwerk zu stärken und eventuell auch ein paar neue Einblicke mitzunehmen.